Hallo mein Name ist Upun Desilua. Willkommen in Desilua Wind Resort Calvigir. Unser Resort liegt direkt an der Laguna. Wir haben drei verschiedene Unterkunfts-Kategorien. Unser Tabana. Standard. Und Feltgestaus. Wir bieten Polpension an. Dazu gehören großes Frühstück, Mittagssnack und mehrgängige Abendessen. Wir sind die grossen Kalt- und Winzerpfühle in Sri Lanka. Wir bieten unterschiedliche Kursen an, von Anfang bis Profi. Wir haben aktuelles Kites, Gastra, Olson und Celison. Wir haben Winzerpfühle, überwiegend Tabu. Winzerpfühle und Gastra. Wir bieten unseren Gäste gratis Boot-Transfer und zweimal Rescue gratis. Wir bieten unseren Gäste. Ich möchte Bienen auf dem Gäste hoch. Wir bieten unseren Gäste. Wir bieten unseren Gäste. Wir bieten die Gäste. Wir bieten seinen Gäste. Kitee zum Knästen. Wir bieten unseren Gäste und Knästen. Die Gäste. Wir haben große Chillout-Area mit Blick auf die Lagune. Dies 11 Resort bietet schnelles Internet. Bis bald im Wind Resort.